Hi Freunde, ich bin zurück aus New York aus dem Urlaub und habe ich was Tolles mitgebracht. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an. Und zwar der Multimedia Tower in der New York Edition. Ja, 60 Watt über Bluetooth connectbar oder auch über die Klinke. Aber das ist noch nicht alles. Ich darf euch vorstellen, den nächsten Crazy Friday. Anstatt 150 für euch nur 111 Euro. Kommt gerne vorbei. Schaut es euch an. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.